Ein Jahr gibt es unseren YouTube-Kanal mittlerweile schon. Begonnen haben wir ganz vorsichtig während der Zeit des ersten Lockdowns, als überhaupt kein Kontakt untereinander möglich war. Ostern haben wir miteinander gefeiert, in unseren Kirchen und bei Ihnen zu Hause. Ein Jahr lang haben wir Sie durch die verschiedenen Kirchen unserer Gemeinde geführt und an einem jeden Sonntag ein gutes Wort oder ein gottesdienstliches Angebot zu Ihnen nach Hause gebracht. Am Anfang dieses Jahres haben wir nun das Design unseres Kanals verändert, so wie Sie es jetzt im Hintergrund sehen. Und in diesem Design soll es auch in Zukunft so sein, dass wir uns in jedem Sonntag an Sie wenden. Menschen, die zu unserer Gemeinde gehören, sonntags mit einem guten Wort für Sie. Aber wir wollen diesen Kanal auch weiterentwickeln als eine Plattform des Austauschs, der Kommunikation, um Ihre Anregungen und Ihre Gedanken aufnehmen zu können. Und deshalb wende ich mich heute an Sie. Lassen Sie uns wissen, was Sie bewegt, welche Anregungen Sie uns haben, wie Ihnen dieser Kanal gefällt. Und zwar schreiben Sie uns das direkt als Kommentar hier unter dieses Video. Was sind die Themen, die Sie bewegen? Was sind die Glaubensfragen, über die Sie mit uns ins Gespräch kommen möchten? Was sind die Dinge, auf die wir hier an einem der kommenden Sonntage eingehen können? Wir würden uns freuen, Dinge davon schon bald hier sonntags aufnehmen zu können. Und damit Sie nichts davon verpassen, würden wir uns freuen, wenn Sie diesen Kanal abonnieren und am besten noch die Benachrichtigungsglocke drücken. Denn wir haben hier noch viel vor und Sie können gespannt sein, wie wir ihn in Zukunft in verschiedenen Farben, Menschen und Angebote unserer Gemeinde zeigen.